Die Modewochen der Frankenposts vom 15. September bis zum 15. Oktober. Die Frankenpost-Modewochen werden unterstützt von der Spielbank Bad Steben und der Autohausgruppe Doronik. Freuen Sie sich auf tolle Aktionen der teilnehmenden Modehäuser. Die Modewochen der Frankenposts. Das Lederhaus und Pferdesport Neumeister ist seit jeher die Adresse für alles rund um Lederwaren und Pferdesportartikel in Oberfranken. 1934 mit einem Leder- und Schuhgroßhandel gegründet, steht das Unternehmen seit nunmehr über 80 Jahren in dritter Generation für Kompetenz im Bereich Leder- und Pferdesport. In der Kombination Pferdesportprodukte, Fashion, Lederwaren, Reisegepäck und vieles mehr, bietet das Haupthaus im Herzen von Hof qualifizierte Beratung und ein abwechslungsreiches Sortiment. Sie sehen nun einen kleinen Einblick in unsere Lederwaren- und Fashionabteilung. Egal ob für Sport, Freizeit oder die Arbeit, jung und alt, bei uns finden Sie eine tolle Auswahl. Egal ob es um den ersten Schulranzen für Ihr Kind geht oder alles rund um Reisegepäck. Die Handtasche oder der Geldbeutel, für jung und alt. Bei Neumeister finden Sie die führenden Marken. Sie suchen ein schönes Geschenk? Die Handtasche oder die Handtasche oder der Geldbeutel, für jung und alt. Untertitelung. BR 2018 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 In der Pferdesportabteilung gibt es alles rund ums Pferd und der Reiterin oder Reiter. Große Auswahl und Markenfüllfalt mit einer kompetenten Beratung. Equestrian meets Fashion. Alltagstauglich und nicht nur für die Zeit im Reitstall. Sportswear. Für Sie und oder Ihnen. Modisch, schick, trendig, funktionell. Untertitelung. BR 2018 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 Die Modewochen der Frankenposts. Vom 15. September bis zum 15. Oktober. Die Frankenpost Modewochen werden unterstützt von der Spielbank Bad Steben und der Autohausgruppe Doronig. Freuen Sie sich auf tolle Aktionen der teilnehmenden Modehäuser. Die Modewochen der Frankenposts.